Bei Einstein folgt, Biff zwischen Selena Gomez und ihrer Mom? Warum? Zerstört ihre Liebe wirklich das Verhältnis zu ihrer Mama? Erst seit einigen Monaten sollen Selena Gomez und Justin Bieber wieder ein Paar sein und begeistern mit den Schlagzeilen um ihr Glück seitdem ihre Fans. Was ist das? Mit ihrer Mama, findet man tatsächlich keinen Treffer. Ob die 41-Jährige und ihre Tochter sich wegen der aufkeimenden Liebe mit dem Biebs tatsächlich so schlimm zerstritten haben, dass sie keine Neuigkeiten mehr voneinander erfahren wollen? War schließlich schon beim ersten Versuch der beiden kein Fan des Paars gewesen und hatte sich nach dem Liebesaus sogar gefreut. Die Sozialmedia-Feindschaft des sonst so erfolgreichen Mutter-Tochter-Duos hatte bei dieser Woche sogar zu gesundheitlichen Problemen geführt, nach einer Diskussion mit ihrer erfolgreichen Tochter war sie am Dienstag wegen eines Zusammenbruchs in eine Klinik eingeliefert worden. Neuesten Informationen zufolge sollen bei dem Krankenhausaufenthalt jedoch noch weitere Faktoren, wie Stress, eine Rolle gespielt haben. modell mit im 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 im